Ja, also ich war ja auf der anderen Seite in einer Castingshow, auch bei Sat.1 und ja, das war ich, Tarzan, du, Jane, wo Phil Collins und Disney in Tarzan gesucht haben und ja, also ich weiß genau, was die Talente da durchgehen muss. Das ist sehr emotional und das ist sehr hart. Und ja, jetzt auf der anderen Seite zu sitzen, ist harte. Ich habe oft ein Nein bekommen, aber ein Nein zu geben ist wirklich schrecklich. Ich finde, Lampe Fieber ist gut, das gibt sowas extra und es ist live. Ich stehe seit zehn ja live auf der Bühne und wenn irgendwas passiert, dann passiert es. Es ist live, es sind Menschen und normalerweise mögen die Zuschauer das auch. Also ja, die Skandinavien sind sehr heiß im Moment. Alles vom Ikea bis zum Knäckebrot und Schöttbullar, Elch. Ich weiß nicht, warum die Deutschen uns mag. Der Akzent ist schön, höre ich ganz oft. Also meine Grammatik ist natürlich schlecht, aber ich arbeite dran und sage einfach genau, die ganze Zeit genau, das ist das beste deutsche Wort, das ich kenne. Genau, genau. Tanzen ist die versteckte Sprache der Seele. Das habe ich auf Wikipedia gefunden. War das richtig, der und die und so? Was hast du gesagt? Tanzen ist die versteckte Sprache der Seele? Die versteckte Sprache der Seele. Tanzen ist die versteckte Sprache der Seele.